Ja? Ja. Wenn ich sitze, stehe ich nicht nochmal auf. Ich weiß nicht, ob es passt. Dann musst du halt die Kamera ändern. Sind alle Fenster zu? Ja. Gerade hast du gesagt, du hast alle offen gelassen. Du weißt ja gar nicht, was du redest. Ja, ich rede Schluss. Ja, ist egal. Du musst ja nicht... Wieso? Weil das gerade genau bis hier geht. Ist doch ohne keine Felgen mehr dran. Ja dann. Ja klar, da kannst du doch mitgehen. Aber guck mal hier. Guck mal, da kannst du... Da kannst du außer Betrieb schalten. Da ist ein Button extra für außer Betrieb. Hä, warum geht das nicht mehr ab? Das ist kein Hochdruck. Ja. Ja. Oh ja, das ist jetzt richtig schön glatt. Wahnsinnig glatt. Wahnsinnig glatt. Jetzt kann das zerknitterte Flakant drauf. Ja. Hashtag, that's the spirit. That's the spirit. Das ist nicht das zufrieden. Das ist nicht das zufrieden. Es geht nicht mehr so zufrieden. Aber das ist echt gut. Hashtag, wie kommt das? Wir sind auf dem Weg nach Belfort, mit der üblichen Viertelstunde zu spät, mal wieder gestartet in Fehlberg, aber das holen wir schon wieder rein mit unserem Racedriver Bendy. In action, den wir keine Werbung machen jetzt. Ja, zu spät, ne? Ja, also die Werbung schneiden wir raus. Wir haben einfach ein tolles Auto und wir haben eine Motorhaube. Wir möchten das schöne Design loben, die Motorhaube können wir jetzt leider nicht zeigen, aber ich will die keine Werbung hier von dem Design. Wir haben auch sehr verkehrssicher gepackt, das ist alles tipptopp verstaut. Selbst Jans Arm ist gut verstaut, sehr verkehrssicher verpackt. Und der Kontrabass ist auch verkehrssicher und halb angestellt und eingeklemmt mit dem super flexivariablen Sitz, den wir hier hinten haben. Wir sollten da keine Werbung machen, ne? Scheiße. Ja. Ab nach Frankreich. Ja, nach Frankreich. Ja, nach Frankreich. Wiev Lafraus. Wiev Lafraus. Wiev Lafraus. Aber zuerst mal Karlsruhe. Ja genau, wir sind jetzt Richtung Karlsruhe. Richtung Karlsruhe. Und es scheint so halten, die Sonne ist bisschen bewölkt, aber wie gesagt, und es soll heute, wie kalt werden, Jan? Äh, 14, 16 Grad insgesamt und wenn wir spielen, irgendwas um die 8 oder so? 8. 8 Grad. Ja, dann müssen wir einheizen. Ja, wir müssen Skisocken einpacken. Ja. Fahr nochmal zurück, Skisocken. Ja, Skisocken. Beziehungsweise meine sind in Freiburg, die können wir auf dem Weg noch holen und ich hab welche für euch. Ja? Also muss ich nicht hier wenden? Ne, ne. Ne, okay. Jetzt hin bei Karlsruhe. Karlsruhe, Frankfurt, Mannheim und wir fahren nach... Willkommen im Barbecue Express nach Belfort. Ich hab gerade gesagt, willkommen im Barbecue Express nach Belfort und unsere Fans, die wir gerade rekrutiert haben mitten auf der Autobahn, die verlassen uns gerade, die verlassen uns gerade, die verlassen uns gerade. Was ist drauf des Winken, Martin? Ich hoffe. Martin, sie will was von dir. Guck mal, die werden mit uns reden. So, wir können jetzt gleich sagen, danke, danke, dass wir an der französischen Grenze sind. Nachher ein Interview mit Forrest 3 haben und heute Abend um 11 Uhr 15, ne, 11 Uhr 30, ne, 10 Uhr 45, so jetzt, spielen Headliner, ne? Natürlich. Die letzten Headliner halt. Ja. Aber Headliner. Mit solch vielen... So, jetzt ist die Qualität... Ja, jetzt ist die Qualität definitiv besser. Also, wir sehen hier den Rhein. Elsass. Und nächstes Ziel ist... Lyon Colmar Moulouse. 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 Da gibt's das Peugeot Museum, sehr sehenswert. Ja. Sag's nochmal für die Kamera. Sag's ins Mikrofon. Ins Mikrofon. In Moulouse gibt's das Peugeot Museum. Und das ist immer einen Besuch wert. Aber eher das Bugatti Museum, ne? Das ist aber eigentlich drin. Ja, das ist aber das dickere, ne? Aber im Peugeot Museum kannst du dir Pfeffermühlen und so angucken. Toll. Aber im Bugatti Museum kannst du dir wirkliche Autos angucken. Wie fühlst du dich so? Ich bin optimistisch. Inwiefern? Dass das Wetter besser wird. Was spielen wir für Musik? Ähm, heute Abend Volker, oder? Glauben wir, dass das Publikum besser ist als in Deutschland? Wird das Publikum da sein. Glauben wir, dass das Publikum überhaupt da ist, wenn wir spielen? Ja, wenn wir spielen, eher nicht, oder? So, wir sind jetzt hier in der Nähe von Belfort. Und es regnet ein Glück nicht mehr. An einem heruntergewirtschafteten Ressort. Und am Provebus und am See. Du packst leider eine Kontrabass aus. Hab ich gehört. Langston gigantisch. By macht's 5. Das ist der Ecke. Mit demomaligen. Malen. Tal �bz oct. Du kannst dir luzen. Insofern mach. Tür. Überpr bad. ! Et jetzt bitte. Und da der dritte im Bunde jetzt fehlt, mit dem Synthesizer, bin ich auch gut vorbereitet. Welche Ton an? G-Moll. Naja. Nein! Ich hab's noch kurz draufgekriegt. Du hast gefilmt? Ja. Ja, wir sind in Belfor, Jan! Jan, wir sind in Belfor! Da vorne ist das Festival schon, das Gelände. Was man nicht alles für ein Interview tut, ne? Ja, mein Arm ist taugend, glaube ich. Das ist ein Solos-Stuff und Jazz ist kein Problem. Vielleicht könnte ich etwas Rock-A-Pity-Stuff zeigen, aber ich bin auch nicht wirklich gut an das. Ja, also wir kommen jetzt direkt aus der Maske. Und Jan kam gerade, wir sind schon fertig. Wir haben jetzt gleich das Interview, weil Frans Trois sind schon mega aufgeregt. Aber wir werden das schon facken. Es wird schon laufen. Ja, genau. Ich bin mal auf Martins Live-Session gespannt. Ja, Martins muss live spielen. Ja, Martins muss live spielen. Ich bin auch schon ganz aufgeregt. Im Fernsehen. Mit seinem Toten Mann im Kondramas. Ja, wir sind alle Studenten, wir studieren etwas anderes. Ja, aber keine Musik. Es ist nur Hobby mit Priorität 1. Ja. 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 Ich bin ein Jazz-Bassist, ich bin ein Jazz-Bassist, ich bin ein Jazz-Bassist, so ich denke, ich werde nur ein Jazz-Bassist. Ein Jazz-Bassist, wie wir in Jazz-Bassist. Glauben Sie? Läuft bei uns? Glauben Sie? Fühlte man dich ja gut? Ja, sehr gut. Gleift? Ja, mein Arm wird lang. Das ist vielleicht ein bisschen schwer. Ja, machen wir noch eine halbe Stunde oder? Halbe Stunde. Dann spielst du heute Abend nur mit links, dann spielst du noch mit links. Mit links und dann rechts, ja. Das geht. Hab ich mal gemacht, als ich meinen Arm gebrochen hatte. Tatsächlich, ne? Diese Vorspiele da beim Bauhaus. So, wir sind auf dem Weg zum Festival. Ah, da ist schon Martin. Auf dem Weg zum Festival. Und kleben uns den Aufkleber. Die Etikette sind mega nervös jetzt gerade. Vor allem hier in die linke Ecke, ne? So, ja. Ah, schön, wunderbar. Ja, wir sind jetzt in der Schlange. Beziehungsweise im VIP-Bereich. Und fahren zur Bühne. Das nette Mädel ist unser Guide und räumt für uns jetzt die Strasse frei. Und wir sind eine Minute zu spät. Zwei. Jetzt zwei Minuten zu spät. Bonsoir. 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 Barbecue-Musik. Barbecue-Musik. Dotcom. Bonsoir. Bonsoir. Aie, 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 aie. So, und jetzt direkt, direkt hier rein. So, das ist unsere Bühne. Und jetzt direkt, direkt zum VIP-Eingang. Mega der Stress gerade. Jetzt sind wir alles gut. Hier wird der Bögel noch verrückt. Jan bat auch noch auf. Jan, du baust auf, ne? Kannst du noch mal kurz die Becken-Tasche geben? Ja. Aber sonst ist alles gut, ja? Oh, ja. Okay. So, und der Martin. Wir haben noch ewig Zeit. Wir haben eine halbe Stunde Zeit. Aber trotzdem ist alles stressig. Ja, machen wir mal jetzt schnell. Weil dann können wir nachher noch kurz relaxen. Okay, gut. Chef hat gesprochen, ne? Chef, ja. Are you ready? Ja. Wie geht's gut? Ja, gute Performance. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.